Hallo Billy. Hallo Aaron. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Was hast du heute zu Mittag gegessen? Ich hatte Sehzungenfilet. Zu einer Zeit, als Amerika das Glück verließ. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, du darfst nur den dicken Kindern das Essen wegnehmen und auf keinen Fall ihr Nachtisch. Wurden Familien, die glaubten, sie würden immer zusammenbleiben. Dann sagst du mir, wie man Momma spielt. Die wichtigen Sachen kann ich dir nicht wahrbringen, okay? Die musst du selbst rausfinden. Voneinander getrennt. Sullivan wird für eine Weile weggehen. Ich will nicht gehen. Hab keine Angst, okay? Eltern konnten sich nicht mehr um ihre Kinder kümmern. Du wirst es schon schaffen. Du bist ein kluger Junge. Man musste erfinderisch sein. Und was macht dein Vater denn so, Aaron? Er ist Flugzeugpilot. Also meine Eltern sind Archäologen. Mein Vater arbeitet für die Regierung. Man brauchte Freunde. Wie gefällt dir das Auto? Umwerfend. Wem gehört es? Wem soll es schon gehören? Es ist meins. Man brauchte Mut. Sei bloß vorsichtig. Sonst konnte man überhaupt nichts erreichen. Ich hab eine Idee. Sie ist ein bisschen riskant. Bevor Aaron Kurland erwachsen wird... Wer wird auf ihn aufpassen? Er kann schon selbst auf sich aufpassen. ...muss er erst... ...seine Kindheit überleben. Von Steven Soderbergh, dem Regisseur von Sex, Lügen und Video. Wie sehe ich aus? Der König der Murmelspieler.